Willkommen, ja, zurück in die Praxis. Ja, back to the roots. Wenn ich jetzt hier Atemübungen mache, dann kannst du gerne mitmachen. Aber natürlich achte darauf, dass du jetzt dann ein gutes Gefühl dabei hast. Am besten machst du es im Sitzen oder Liegen. Möglichst nicht im Stehen, weil falls dir schwindelig wird, dann wäre es schlecht, wenn du dann da umfällst. Und das sollte ja nicht sein. Im Normalfall sollte da auch das nicht passieren. Aber dadurch, dass wir jetzt ganz bewusst tiefer ein- und ausatmen und in verschiedenen Rhythmen und verschieden mal Pausen machen oder die Luft anhalten oder die Pause zwischen Ausatmen und Einatmen verlängern, mach es bitte immer so, dass es noch halbwegs okay ist für dich. Natürlich darf es ein bisschen herausfordernd sein, weil das bringt unsere Energie zurück. Ja, und du darfst das gerne mit einem Lächeln auf dem Gesicht begleiten. Okay? Gut. Gut. Dann tief einatmen, anhalten und ausatmen. Ja, auch wenn das mit der Nase vielleicht nicht so funktioniert, du kannst auch ganz gerne ganz normal durch den Mund ein- und ausatmen oder zwischendurch mal nur Nase ein- und ausatmen, wie es dir gerade genehm ist, okay? Gut. 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 Vielen Dank. 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 Und zum Abschluss nehme ich gerne einmal in den Arm. Vielen Dank. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und freue mich, wenn du beim nächsten Mal mitmachst. Danke und fühl dich geliebt. Bis dann.